Ja, hallo liebe YouTuber und wir sind hier immer noch auf dem Weg zum Airfield und ich finden das einfach nicht. Ja, wir haben so einen kleinen Weg gefunden und wie oft mir ist, dass der da hinführt. Bezweifelt es zwar irgendwie, aber... Ja, egal, wir probieren es einfach auch nicht. Da geht übrigens auch noch ein Weg hoch. Ich weiß, ich habe es gesehen. Vielleicht soll ich... Wenn wir, jetzt wenn wir diesen Weg entlang laufen, nicht sehen, können wir da ja hoch. Ja, es muss hier irgendwo in dem Gebiet sein. Es kann nicht sein, dass es nirgendwo ist. Da ist die Scheune. Siehst du da rechts? Ja. Da hat ich mal die Verbindung verloren. Ja, wollte ich auch kurz sagen. Scheiße. Sind wir irgendwie von hier gekommen? Kann sein, aber ich glaube nicht, nein. Wir sind sowieso von der Nebenstraße, glaube ich, gekommen. Weil sonst wären wir nämlich... Ja, wir sind... Sonst wären wir nicht so komisch gelaufen, aber ich glaube nicht von hier. Weil die Dinger waren immer links von uns. Äh, rechts meine ich. Jaja. Da wurde jemand gekickt. Es sind auf jeden Fall immer noch ein paar Spieler hier. Ich sehe es. Und immer noch aus einem... Da sind drei verschiedene aus einem Dingens. Klar. Ja. Verdammt, Alter, das führt doch nur zunächst hier. Warte, der Weg geht da, rechts wieder hoch. Lass mal Abkürzung nehmen und hier querfett einmal langlaufen. Oh, warte, ich bin extrem hungrig. Ich muss noch kurz was essen. Ist auch eben was. Jo, dann zum kleinen Break. Möglicherweise führt der Weg dahin. Macht dann halt nur so eine kleine Abzweigung. Warte, ich möchte... Ich glaube aber auch nicht, dass er das ist. Ich verstehe es nicht, Alter. Wo soll das sein? Egal, wir laufen jetzt hier nochmal querfett ein. Weil der Weg führt da ja schon noch irgendwo nach oben. Wenn nicht, siehst du hier den... Siehst du hier den Weg? Anni, du bist am Essen, ne? Ja, ja. Zeig, welchen wir... Da, wenn du jetzt da gegenüber guckst, da geht auch ein Weg hoch. Ja, ja, ich sehe es. Dann nehmen wir den einfach. Das ist ja wie der andere, den wir eigentlich gehen wollten, wenn der nicht... ...nur etwas weiter gegenüber. Okay, nein, hier querfett ein, das ist schneller. Einfach den Hügel da hoch. Ja, aber der muss ja hier irgendwo sein. Normal schon, ja. Na, das sieht auch wirklich wie so ein Wanderweg aus. Deswegen kann es ja auch schon sein, dass das der ist. Das ist echt doof. Sich hier zu orientieren. Echt doof. Ja, das ist echt doof. Hm. Hm. Ja, dass wir schon wieder rechts zurück in die andere Stadt da laufen. Hier ist aber der Weg wieder. So warte ich... Ich geh mal über den Weg hinaus und luke mal dahin. Mach ich. Also auch. Nee, dahinten ist schon wieder diese andere Stadt. Da sieht man schon wieder diesen Ball am Himmel. Hm. Wo ist denn dieses scheiß Erfiert, Mann? Theoretisch hätten wir schon da sein müssen. Wo bist du eigentlich? Den Weg. Ich bin jetzt... Ich geh jetzt mal wieder auf den Weg. Weiter vorne. Lauf einfach den Weg entlang. Dann siehst du mich. Nee, nee, bis jetzt seh ich noch nicht. Jaja, ich bin um ne Ecke gerade. Ja, da seh ich dich jetzt. Ich guck gerade. Wenn wir dem Weg folgen, kommen wir aber nur wohin. Jedenfalls seh ich es nicht. Nee, das kann nicht sein. Alter, wo sind wir hier? Ich kann wieder plötzlich nur noch schleichen. Schleichen. Da ganz hinten seh ich was. Siehst du das? Als ob da so ein Turm in die Höhe ragt. Oh. Folg mir. Guck... Guck mal hinten. Die Richtung, in die ich gucke. Wenn du da reinzoomst. Hinter den Bäumen gerade. Ich renne da jetzt hin. Das sieht mega nach nem Tower aus. Warte mal auf mich, bitte. Nein, warte ich. Wir gucken, ob das wirklich das Erfiert ist. Dann warte ich. Und übrigens hab ich wieder Hunger. Oh, da ist ein See. Oh, da ist ein See. Weil die hier rumgelaufen sind, ne? Das ist der da vermutlich. ... stehen. Damit du siehst, in welche Richtung es weitergehen muss. Hier ist ein See auf der Karte eingezeichnet. Ich glaub, du bist... Wir sind grad ganz woanders. Wir müssen wieder zurück. Um das Erfiert herum ist kein See. Doch, da ist ein See. Aber der ist direkt in der Stadt. Das kann nicht sein. Bisschen falsch. Wir müssen wieder zurücklaufen. Komm. Warte kurz. Ich zoome mal eben rein. Alter, da lief voll die Orientierung. Da hinten ist trotzdem... Da lichtet sich der Wald. Vielleicht sollten wir trotzdem noch mal kurz durch den Wald rum... Das kann aber nicht sein. Alter, ich seh doch von hier aus. Auch über dem Berg drüber, dass da nichts ist. So, dann bist du beim See? Nein, ich seh über dem Berg drüber, wo... Ich bin... verloren. Ich seh dich doch. Dahinten läufst du. Oder ist das jemand anders? Läufst du grad dem, äh... wieder zurück? Philipp! Vielleicht sollten wir es trotzdem wagen und mal kurz durch den Wald durchrennen. Nein, komm zurück! Ja, okay. Aber wo kann das denn sonst sein? Hm. Du siehst mich, ne? Ja, ja, ich seh dich. Ich kann dich jetzt abknallen. Warte einfach, bis ich da bin. Da verliert jemand die Verbindung. Der Papst. Der Papst. Der Papst. Der Papst. Komm. Oder wir folgen weiter dem Weg. Nein, Alter, es ist falsch. Wir laufen falsch. Ich stehe links über den Hügel, das ist schneller. Ich würd sagen, wir rennen erstmal zurück zur Stadt. Und von dort aus dann... Und von dort aus, wo ich dann meinte, zur nächsten Stadt. das wird also der Hauptstraße der vier da so schick mir dann mal ich schick mir dann mal wenn die Folge zu Ende ist den Link davon von der Karte dann kann ich mir selber mann das finden wir den an weil wir beide nach dem Suchen du siehst mich da ich hab die Stadt dahinten schon im Sicht ich glaub ich seh das er fehlt komm mal hier hin wo ich bin wohin das siehst du wahrscheinlich nicht wenn wir jetzt hier diesen Weg lang gehen dann seh ich da ganz hinten da musst du verdammt gute Augen haben ganz hinten da siehst du zwei Hochsitze das muss das sein zwischen zwei Bäumen da ist ein Hochsitz wenn du jetzt du siehst doch den Weg ich seh es ich seh es ja da müssen wir hin ja man das wird es sein komm mal her ich mach eben ein Screenshot hahaha nein Junge wenn wir weiter vorne sind ganz kurz bleib einfach stehen nein wenn wir weiter vorne sind dann sieht man dass er fehlt im Hintergrund besser hey jawoll ich sag ja nicht da lang ich hab dir gesagt aber nein Klappe dann müssen wir danach zu dieser Stadt dann müssen wir den Weg zurück und dann hier glaube ich rechts die Straße runter müssen wir danach ja ja danach werden wir den Weg auf jeden Fall zur Stadt finden ja dann das hier ist dann vermutlich der Weg dann gehen wir wieder nach Osten das heißt wir gehen noch wir sind da an der Straße gefolgt und haben ja ganz gedacht vielleicht der hier ja das hier wird er dann gewesen sein ich hab dir gesagt aber nein da hat man wieder sein in durchsetzen musste aber er sieht jetzt doch nicht dass er fehlt genau sondern dieses andere da wo wir gerade eben die Magnum gefunden haben ja ja sieht's sehr danach aus mit dieser Mauer Junge ich hab Angst laufen wir nachher wieder in die falsche Richtung wenn das der Fall sein sollte gehen wir auf jeden Fall dann zur Stadt zurück ist das nicht gerade der gleiche Weg den wir schon mal gerannt sind der kommt mir so bekannt vor hier nein nein das ist ein anderer bei uns waren auf der rechten Seite die ganze Zeit solche Bäume I feeling hungry fucking ich hab nichts zu essen mehr ja warte ich guck erstmal ob das jetzt erfeit ist wenn ja kann man die Tower schon sehen oh oh ich glaub das ist das alte bleib mal stehen ich will jetzt auch gucken ich glaub das ist das alte naja das kann nicht sein ok gehen wir da mal hin kann doch nicht sein doch wollen wir einfach mal weiter den Weg ja ja kann wirklich nicht sein da haben wir umstürzte Mauerteile fuck hier ist überall Zaun ja ich glaub das ist was er fehlt das sieht mega groß aus hier ist kein Zaun ok dann müssen wir hier vermutlich noch den Hügel hoch weil das sieht mit dem Zaun der umzaunte Bereich ist mega groß warte auf mich hier müssen zusammenbleiben es ist wieder gefährlich warte ich nehme schon mal die Sniper guck mal ob du was zu essen hast ich hab Hunger warte warte wer es erst ist sicher gehen dass es das erfüllt ist ich höre ein Zombie scheiße jetzt hat das gerade mega was ist das was ist das das ist das Erfiel ja es ist das Erfiel boah jetzt aufpassen da oben könnten Heckenschütze sitzen ich weiß ich weiß komm mal erstmal zu mir das ist mein Pferd dass er fehlt weil es seht ich ja nichtmals auf dem Berg oben komm hoch ich bin hier bei so einer Art Wand oder so seh ich geh mir hoch hast du was zu essen? äh ich habe noch scheiße ich bin auch mega hungrig ich habe nur noch eine Banane scheiße ansonsten habe ich gar nichts zu essen klar jetzt sterben wir am Hungertod ich esse jetzt mal die Banane da müssen wir da unten alter im Erfiel findet man auf jeden Fall was zu essen ich trinke aber mal was vielleicht bringt das ja was ja doch ich hab ich hab ja doch noch was das bringt was ich hab doch noch was ich hab Sardinen ok ich erst mal so ein ich trinke mal so ein Teil warte ne Sekunde dann lass erstmal mit der Sniper gucken ich bin nicht mehr hungrig auf jeden Fall ich immer noch etwas aber beim Airfeed werden wir ganz sicher was finden ok ich guck jetzt mal mit der Sniper warte auf mich ich sehe da aber niemanden zum du mal rein mit seiner wo bist du hier komm mal her und stell dich da hin das ist ein geiles Thumbnail aber schnell ok nein noch nicht noch nicht ok bleib stehen dreh dich um so jetzt ok mal ich muss noch mit der Sniper gucken Zoom da rein ich sehe aber niemanden ich lauf jetzt mal rechts runter und geh dann in eine Halle da hinten sind auch noch wenn man quer rüber läuft auf der linken Seite sind auch noch Häuser aber erstmal in die Halle da hinten steht jemand warte oder Junge mach doch jetzt könnte auch ein Zombie sein ich bin mir nicht sicher aber ich glaube es ist einer nee dann runden wir den erstmal und hoffen dass es einer ist kommt mit dem Zombie hinterher oder nee nee das war vermutlich dieser Vogel das habe ich auch gerade gehört okay jetzt folgt mir einfach hier durch die Bäume nee jetzt glaube ich ein Zombie dann gehen wir so dann in die erste Halle okay ich bin gleich in der ersten Halle also der Server ist relativ voll Alter und es ist spannend es wird spannend meine lieben Freunde denn die Folge ist zu Ende ich würde mal gerne wissen wo der gute Philipp schon wieder ist ich bin vorgelaunt ich bin fast vor der Halle hör auf mit vorlaufen Alter bleib mal stehen warte 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 läuft die letzte Zeit die ganze Zeit vor so jetzt bleib ich stehen bis zur nächsten Folge ciao schau oh so we ho ho Untertitelung des ZDF, 2020